Hallo Leute, ich bin Frederik Julien und ich bin hier in Schweden für den nächsten Perchpro. Hoffentlich haben wir heute einen guten Tag auf dem Wasser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute, als Training, werde ich eine Reaktion-Technik benutzen. Das ist mehr als Finesse-Fisch. Das ist die beste für Perch-Fisch. Ich mag Reaktion-Reaktion, weil ich schnell, ich habe viel Wasser, ich habe viel Wasser, und ich habe viel Wasser. Ich habe viel Wasser in der Training, und ich habe viel Wasser, aber ich habe viel Wasser, und ich habe viel Wasser, und ich habe viel Wasser. Ich habe viel Wasser, wie die Krang-Baitung, die Carolina-Rig, aber ich habe alle Fische, die Fische und die Reaktion, nicht in einem Ort, und die Fische warten. Los geht's! Ein kleiner Jack! Das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was ich will. Heute fangen wir ein sehr klein, in der Archipelagos. Das ist mit dem Meer. Und das ist interessant, das ist, dass es ein bisschen landlockt ist. Ich habe gesagt, dass die Fische dort bleiben, das ganze Jahr. Wir werden versuchen, diese Fische, weil es wird eine Schilderung, egal ob der Wetter. Das ist sehr wichtig, wenn man drei Tage kommt, wenn man eine Schilderung für die Schilderung hat. Es wird interessant, die Fische in kleinen Lagen, wie diese Fische, weil sie dort überall. Jahrhundert. Ja, die Perch-Pro-Kompetition ist sehr wichtig für mich. Ich bin ein Tournament angler für Jahre, und ich bin ein Professionals. ein paar Jahre vorhin. Und das Training hat immer eine große Rolle in den Tournament. Weil, wenn man das gleiche Tournament für Jahre macht, natürlich, man kennt das Wasser. Aber jedes Jahr gibt es ein neues Tournament, und man muss trainieren, um ein neues Ort zu finden. Und das ist auch die Art, wie ich hier fische. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, mit Menschen, weil wir uns sehr wichtig sind. Das ist wichtig für uns. Also, ich bin da, zwei, drei Wochen vor dem Tournament ist eine große Investition, natürlich. Aber es ist auch ein schönes Zeit, mit einem Fischerer, mit einem localen Fischern, die erfahrenen des Spiels. Und, bei dem, ich bin auch inspiriert, mit meiner Technik, zu kombinieren, mit einem localen Fischern und meinen Fischern, mit einem Fischern. Und das ist sehr, sehr wichtig, zu finden, genug Zeit, um auf der Wasser zu finden. Das ist eine KG-Blade, und das ist eine sehr kleine Blade. Das ist eine sehr kleine Blade, aber ich werde ziemlich schnell nach der Fläche, wenn ich schlaue, ich kann etwas ein bisschen deeper, so ich kann sehr schnell verändern, mit einem Fischern, wenn ich nicht mehr Man kann die Größe auf der Hölle nach Hölle nach zum Versuch der Für die Kraft benutze den Fahrrad das nach des Fischern ganz Oder wenn ich auf Trenn oder in einem roten Ort brauche ich ein wenig Kraft, um zu entfernen. Das ist ein Medium-AV-Aktion. Von 10 bis 28 bis 25 Gramm ist gut. Für die Reile, ich benutze ein Gunky-AV-Aktion. Ich mag eine 6-Ratio. Ich kann es nicht auf einen kleinen Ratio machen. Ich mag es nicht auf einen kleinen Ratio machen. Ich brauche schnell, wenn ich ein Fisch aus der Struktur aus der Struktur. Wenn ich in einem tiefen Fisch brauche, ich brauche den Fisch sehr schnell. Wenn nicht, dann wird das Spiel gewinnen. Ich brauche den Fisch in der Fisch. Ich kann es nicht auf den Fisch in der Fisch. Ich muss es sehr schnell rausnehmen. Es ist sehr wichtig für uns. Ich brauche den Fisch auf der Struktur. Ich brauche den Fisch. Ich brauche den Fisch auf der Struktur. Ich brauche den Fisch aus der Struktur. Ich brauche den Fisch mit einem Metallschiff. Das ist ein Grubi-Shad, ein Grubi-Shad bewegt sehr viel Wasser mit dem Taill und viel Bewegung auf dem Taill. Ein schöner Barsch. Lass ihn raus. Man sieht es, man sieht es nicht. Manchmal fühlst du es einfach. Sie sind nicht so stark. Es gibt nur einen kurzen Bisschen, damit sie es gar nicht verstehen. Es gibt keine Chance, wenn man das Gefühl hat. Wenn man das Gefühl hat, ist es, wenn man das Gefühl hat. Wenn man das Gefühl hat, ist es, dass man die Bisschen mit der Bisschen Und dann starten sie in die Hälfte, sie beginnen mit der Hälfte. Wenn du den Fisch aufhörst, dann verlierst du den Fisch. Wenn du den Fisch aufhörst, dann kannst du den Fisch aufhörst. Dann kannst du den Fisch aufhörst. Also, beiget ihr aufhörst. Und warte ein wenig, damit du den Fisch aufhörst. Jetzt bekommst du den Fisch aufhörst. Der Fisch aufhörst ist gut, wenn du den Fisch aufhörst. Ich bekomme den Fisch aufhörst, in der Mitte der Wasser. Ich werde direkt aufhörst. Ich werde den Fisch aufhörst, weil der Fisch aufhörst. Der Fisch aufhörst wird besser. Ich stelle den Fisch aufhörst. Der Fisch aufhörst. Aber jetzt habe ich eine Hälfte aufhörst. Den Fisch aufhörst muss. Den Fisch aufhörst, was er gemacht hat. Der Fisch aufhörst. Der Fisch aufhörst wird, wenn du von Schau umhörst tris, oder darst du die Fisch aufhörst. Dann braucht man den Fisch aufhörst. Wenn du das nicht, dann deinen Fisch aufhörst. Untertitelung. BR 2018 Same size again, but it feels good. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Nice one. Nice one. Fuck! 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 Ich habe jetzt die Zone mit Reaktion Bait, mit der Bait. Es ist weniger als 2 m, so viele Gräser sind da. Ich werde jetzt direkt ein Karolina-Rig, das ist ein Texas-Montage. Der Karolina-Rig ist ein Texas-Texas-Tungstein, 4 g. Hier ein Glas-Bed, um den Klick-Klick zu machen. Der Karolina-Rig ist ein Flüro-Carbon-Leader, 0.22. Hier ist ein Texas-Texas-Tung, mit einem Caesar-Komz. Caesar-Komz ist ein sehr guter Bedeut, mit viel Bewegung, wegen der kleinen Arme auf dem Körper. Die Bedeutung immer bewegt, wenn man den Bedeutung in der Wasser. Die Bedeutung auf dem Gräser hat, die Bedeutung auf dem Gräser zu bleiben, ohne die Bedeutung zu spüren. Die Bedeutung ist immer clean, und die Bedeutung auf jeden Kast. Los geht's! Für die Karolina-Rig ist ein langes Rad. Hier ist ein 240, weil ich es weit entfernt habe. Ich brauche ein leichter Bedeutung, damit ich den Bedeutung fühle, und die Bedeutung wird erinnert. Ich brauche keine Stief-Redeutung, um die Bedeutung zu setzen. Die Klassik-Aktion für die Karolina ist, um es zu spüren, über die Strukturen, über die Grasse oder die Bedeutung. Man muss nicht immer nach der Bedeutung gehen. Die Bedeutung ist immer so, wie ein Krankbait, sehr langsam und leicht. Ich versuche den ersten Bedeutung. Wenn du hier bist, kannst du den Bedeutung ein bisschen deeper. Aber erst, die Klassik ein bisschen höher— für den aktiven Bedeutung. Der aktiven Bedeutung kommt auf die Ebene und die Bedeutung kommt auf. Manchmal bleibt das zu firm, und die Bedeutung in der Bedeutung öffnet da. the beginning die aktive Bedeutung und in der Bedeutung Ich zeige euch einen kleinen Trick, den ich benutze, um ein besseres Kontrollen auf deinem Bait zu fangen. Ich zeige euch den Teksas Rigg. Viele Leute, den Teksas Rigg einfach mit dem Bait zu fangen, mit dem Bait zu fangen, mit dem Bait zu fangen. Der Problem mit diesem Rigg, es funktioniert in vielen Fällen, aber manchmal verlierst du Kontakt mit dem Bait. Warum? Weil nichts auf der Bait zu fangen. Wenn ich den Bait zu fangen, wie Sandbeach oder so, ich fange und fange über den Bait zu fangen. Ich fange nicht so viel, weil ich den Bait zu fangen, der Bait zu fangen, der Bait zu fangen. Ich fange nicht so viel, weil ich den Bait zu fangen. Weil ich den Bait zu fangen, aber wenn ich den Bait zu fangen, wenn ich einen Bait zu fangen, oder einen sehr schweren Bait zu fangen, dann werde ich ein Problem haben. Weil ich plötzlich, mein Bait zu fangen, durch Reeds, oder Tren, oder Rocken, und dann wird es vielleicht etwas in der Bait zu fangen. Und dann wird es passieren, dass ich den Bait zu fangen, der Bait zu fangen. Und dann, wenn ich den Bait zu fangen, wenn ich den Bait zu fangen, dann werde ich diese Bait zu fangen. Und das ist ein Problem, der effektivität für den Bait zu fangen. Insofern zu fangen, wenn ich den Bait zu fangen, wie Gras oder Reeds, oder Tren, dann werde ich ein wenig Stopflot hier unter Kontrolle, um die Distanz zwischen dem Bait zu fangen, und dem Bait zu fangen. Wenn ich den Bait zu fangen, also ich die Bait zu fangen, also ich die Bait zu fangen, über die Bait zu fangen, und ich die Bait zu fangen, dann werde ich die Bait zu fangen, und die Bait zu fangen. Wenn ich den Bait zu fangen, wenn ich den Bait zu fangen, freiwillig nach dem Bait zu fangen, dann werde ich 5 cm in der Bait zu fangen. Und so wie das, mein Bait zu fangen, und auf dem Bait zu fangen, wird die Bait zu fangen, und sofort wird mein Bait zu fangen, weil der Bait zu fangen. Das ist ein kleiner Trick für eine bessere Ux-Hedung und eine bessere Ux-Hed-Ratio während du den Bait zu fangen. Try it! Try it!